Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Tutorial-Reihe hier bei mir. Endlich geht es los mit dem Reverse-Engineeren von Apps. Das heißt, wir wollen Software reverse-engineeren. Also zum Beispiel, wir haben eine executable-Datei .exe oder eine Linux-executable-Datei, die haben erstmal keine Endungen an sich, und die wollen wir wieder zurück überführen in C-Code oder in vergleichbaren Code. Also das heißt, wir wollen den Source-Code wiederherstellen von einem Kompilat. Das ist erstmal eigentlich etwas, wo man denkt, hey, das sollte doch eigentlich völlig einfach sein. Aber es ist super, super schwer, weil C-Code wird wirklich kompiliert und in Maschinen-Code übersetzt. Und diesen Maschinen-Code, den kann man nicht einfach so wieder lesen. Der ist sehr, sehr weit entfernt von dem, was wirklich wir geschrieben haben. So, das bedeutet allerdings, diese Serie ist auch nicht für Anfänger geeignet. Das tut mir sehr leid, aber man kann alles bei mir lernen, was man lernen möchte, oder was man lernen muss, um hier mithalten zu können. Aber diese Serie an sich ist erstmal nicht für Anfänger gedacht, weil man eben C-Code natürlich lesen können muss. Man muss aber auch C-Code schreiben können, denn wir wollen ja von Kompilaten auf C-Code kommen. Und was man auch können muss, ist Assembler-Code. Denn Assembler-Code ist das Erste, was wir wirklich rausbekommen, wenn wir dieses Kompilat wieder zurück umwandeln. Das heißt, wir bekommen erstmal nur Assembler-Code und den müssen wir dann verstehen. Also wir müssen Assembler nur lesen können, wir müssen es nicht selber schreiben können, aber wir müssen aus diesem Assembler-Code C-Code schreiben können. So, und das ist natürlich nicht ganz so einfach, deswegen muss man hier einiges an Vorwissen auch mitbringen. Okay, jetzt, warum sollte man Reverse-Engineering lernen wollen? Und das ist eigentlich eine relativ faszinierende Antwort, denn wir haben schon sehr, sehr häufig gesehen, dass, nun ja, Schadsoftware in Umlauf gekommen ist und schweren Schaden angerichtet hat. Zum Beispiel NotPetya oder jetzt gerade, während ich das aufnehme, Emoted oder, oder, oder. Also es gibt wirklich so viele Belege von Schadsoftware, die wirklich massiven Schaden angerichtet haben, in der Wirtschaft, in der Infrastruktur, überall, okay? Vor allem auch in Unternehmen natürlich. Und deswegen sind IT-Security-Researcher, also Forscher, da auch wirklich daran interessiert, Schadsoftware wieder in Code umzuwandeln. Die Schadsoftware ist ja erstmal kein lesbarer Code und man möchte aber den lesbaren Code wieder haben, denn dort stehen einige sehr, sehr wichtige Dinge drin. Zum einen wäre das mal, wenn der Server oder wenn diese Schadsoftware mit irgendeinem Server Kontakt aufnimmt, also zum Beispiel mit den Erpressern bei Ransomware, dann kann es sein, dass diese Schadsoftware natürlich dann diese IP-Adresse in sich gespeichert hat. Sprich, man hat den ersten Kontaktpunkt sozusagen, wo die Erpresser hin kontaktieren. Und das ist nicht immer eindeutig. Also häufig sieht man das natürlich auch am Netzwerk-Traffic, aber manchmal ist das nicht so einfach rauszufinden, was genau da passiert. Dann gibt es allerdings aber auch noch solche Fälle, wie zum Beispiel ein relativ prominenter Fall übrigens sogar. Man hatte eine Ransomware auf dem System und diese Ransomware hat natürlich alle Dateien verschlüsselt. Alle privaten Dateien, alles wurde verschlüsselt. Und jetzt war es so, dass die nicht irgendwie AES oder sowas verwendet haben als Verschlüsselung, sondern sie haben eine relativ alte Chiffre genommen und zwar das One-Time-Pad. Das One-Time-Pad ist erstmal keine sichere Chiffre, wenn man einen zu kurzen Schlüssel hat. Und was die gemacht haben ist, die haben einfach einige Windows-System-Dateien als Schlüssel genommen und haben die dann verwendet, um die privaten Daten zu verschlüsseln. Jetzt kann man natürlich auf Windows-System-Dateien jederzeit zugreifen. Und das bedeutet, man könnte einfach diese Windows-System-Dateien auslesen und diesen Schlüssel auch daraus auslesen und alle Dateien wieder entschlüsseln. Aber natürlich muss man erstmal wissen, welche Windows-System-Dateien hier als Schlüssel überhaupt gewählt wurden oder überhaupt welche Verschlüsselung gewählt wurde. Und da kommt Reverse Engineering natürlich zum Einsatz. Da steht das dann schwarz auf weiß oder je nachdem wie eure IDE aussieht, sieht der Code halt ein bisschen anders aus, aber es steht quasi im Code drin, wie verschlüsselt wurde, was der Schlüssel ist teilweise, je nachdem ob es symmetrisch oder asymmetrisch ist und so weiter und so fort. Und das ist so viel wert, deswegen macht man das Ganze. Natürlich gibt es auch illegale Ansätze dafür, wie zum Beispiel Spielecracken. Das darf man nicht. Das werde ich hier auch deutlich sagen. Ich unterstütze keine illegalen Tätigkeiten. Das heißt, das Cracken von irgendwelcher Software ist nicht Teil dieser Serie und sollte auch niemals praktiziert werden, weil es wie gesagt illegal ist. Aber wir wollen hier lernen, wie man Malware analysiert. Das heißt, dort darf man das natürlich machen, weil man einen Schaden wieder rückgängig machen möchte. Das ist jetzt nicht ein direktes Angreifen. Niemand hat davon wirklich einen Schaden direkt erst mal, sondern man möchte den Source Code wiederherstellen, um den Schaden, der schon angerichtet wurde, quasi zurückzunehmen. Okay? Ja. Und dementsprechend kann ich jetzt eigentlich auch schon sagen, ja, wir werden hier coole Sachen machen. Ich kann auch sehr, sehr viele Übungsaufgaben natürlich bereitstellen dafür, dass es im Endeffekt, ich schreibe C-Code, ich stelle zur Verfügung das Kompilat und man kann dann den C-Code wieder zurückentwickeln. Und ja, das wäre dann natürlich eine tolle Gelegenheit für Übungen für euch. Und da könnt ihr mir gerne sagen, ob ihr da drauf Lust habt oder nicht. Oder wenn irgendwann mal gerade keine Übung mehr kommen sollte, dann könnt ihr mir gerne sagen, hey, jetzt habe ich wieder Lust auf Übungen, mach mal wieder eine. So, ähm, ja genau. Jetzt noch kurz zur Installation, beziehungsweise zu welcher Software wir verwenden wollen. Nun, bis vor kurzem war es so, es gab eigentlich nur, naja, es gibt eigentlich mehr, aber es gab einen Marktführer und der war einfach unübertroffen und das war Ida Pro. Ja, Ida Pro war einfach überall. Ida Pro war das Nonplusultra, das musste man haben, wenn man Reverse-Engineeren wollte. Problem an Ida Pro ist, es ist, naja, es ist ziemlich teuer, ne? 13.000 US-Dollar ist schon ein saftiger Preis. Den möchte nicht unbedingt jeder zahlen, ich auch nicht. Deswegen kommt Ida Pro für mich nicht in Frage. Außerdem ist eigentlich das Plug-in-Management-System gar nicht so geil, wie man sich das vorstellen würde. Und dementsprechend, Ida Pro, wichtige Software, aber nicht in dieser Reihe. Als nächstes gibt es noch Binary Ninja. Binary Ninja, oder auch Binger genannt, ist eine weitere wichtige Software, die eigentlich auch sehr gut ist. Die hat gutes API-Management und so weiter und so fort. Eigentlich wirklich ein gutes Stück, aber kostet halt auch jedes Jahr 500 Dollar. Und im Jahr 500 Dollar zu zahlen, keine gute Idee. Also zumindest meiner Meinung nach. Ich würde sowas spüren, okay? Das wäre schon schmerzhaft. So, 500 Dollar nicht haben oder haben, ist halt so eine Sache. Und jetzt, gerade noch gar nicht so lange her, kam eine Software auf den Markt, die nennt sich Gidra. Gidra ist von der NSA entwickelt worden und wird nun kostenlos zur Verfügung gestellt. Das heißt, man hat einfach kostenlos gesagt, hey, hier habt ihr ein ziemlich mächtiges Tool zum Reverse-Engineeren von Software und wir stellen euch das gerade zur Verfügung. Eine Weile gab es wirklich nur die Binary-Dateien, also die binären, ausführbaren Dateien von Gidra zur Verfügung. Das ist natürlich jetzt relativ schwierig. Mit der NSA und so kann man sich nicht sicher sein. Aber mittlerweile gibt es auch tatsächlich den Source-Code und man kann sich sicher sein, dass in Gidra selbst keine Schadsoftware drin ist. Das heißt, man kann Gidra installieren, ohne dass man irgendwie wirklich Gefahr läuft, was Böses zu haben. Ziemlich cool. Und ja, da geht natürlich mein Riesen-Danke an die NSA raus. Das ist ungewohnt. Ich sage das normalerweise sonst nicht. Manche bösen Sachen, die ich gesagt habe, nehme ich auch gerne zurück. Aber ja, wirklich Dankeschön. Das ist cool, dass ihr sowas macht. Und im Endeffekt nehmen wir ja dann auch denen Arbeit ab, wenn wir hier Security-Research machen können mit Gidra. Ja, deswegen, es ist ja schon eine Win-Win-Situation für die. Okay, so. Jetzt ganz kurz zur Installation. Man muss natürlich jetzt hier wieder unterscheiden, welches System man hat. Ich fange mal mit dem einfachsten an. Das ist wie immer mein geliebtes Arch Linux. Also ich mache eigentlich alles mittlerweile auf Arch. Falls das jemand noch nicht wusste, by the way, I use Arch, ne? Ihr kennt den Spruch. Und da ist das ganze Ding einfach in den Paketquellen drin. Ihr gebt diesen Befehl hier ein und schon habt ihr ganz Gidra zur Verfügung. Alles kein Problem. Unter Ubuntu müsst ihr die Dateien wirklich runterladen. Die findet ihr unter diesem Link. Und ihr könnt dann einfach die Dateien runterladen und extrahieren. Also wie gesagt, man muss ein bisschen Vorwissen haben. Ihr müsst wissen, wie man mit einem PC umgeht, okay? Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass jeder weiß, wie man ein Archiv runterlädt und extrahiert. Und dann könnt ihr einfach die Datei, die sich Punkt, Slash und dann der Name quasi von der Datei, also ich glaube, sie heißt Gidra Run. Ja, genau. Gidra Run ist der Name der Datei. Die könnt ihr einfach ausführen. Allerdings braucht ihr dafür OpenJDK. Okay, das ist in den meisten Ubuntu bzw. Ubuntu-Derivaten oder Debian-Derivaten ist das schon vorinstalliert. Aber falls es nicht vorinstalliert sein sollte, mit diesem Befehl hier könnt ihr das dann auch installieren. So, das heißt, wenn ihr das installiert habt, also wenn ihr diesen Befehl hier eingegeben habt und die ganzen Sachen installiert habt, könnt ihr Gidra Run ausführen. Dann funktioniert das Ganze auch bei euch. Unter macOS ist quasi das Vorgehen genau gleich. Ich kann leider zu macOS nicht viel sagen. Ihr müsst selber wissen, wie ihr unter Mac OpenJDK installiert. Und dann könnt ihr auch genau diese Gidra Run-Datei ausführen. Ich weiß noch nicht, wie man OpenJDK installiert, weil ich nie ein Mac hatte. Das tut mir sehr leid. Aber da kann ich leider nicht mehr dazu sagen. Und zu guter Letzt die Windows-Menschen. Selbst ihr könnt das Ganze benutzen, weil das Java ist. Und Java funktioniert einfach überall. Allerdings müsst ihr Java installieren. Und das ist unter Windows gar nicht so einfach. Deswegen ist das Video in der Playlist hier, also genau nach diesem Video hier. Ich werde das nicht in dieser Reihenfolge veröffentlichen, aber ich werde das Video in die Playlist reinpacken. Da erkläre ich dann quasi, wie man Java unter Windows installiert. Das ist von einer anderen Playlist. Also bitte nicht wundern, ich werde da Minecraft-Plugins erwähnen. Hat nichts mit Minecraft-Plugins zu tun. Haben wir auch gemacht. Aber ja, ihr braucht einfach ein Java. Und das ist im Endeffekt das Java, das ihr dann, oder wie ihr quasi Java installiert. So, und wenn ihr Java installiert habt, dann könnt ihr unter Windows das Ganze auch über das Terminal ausführen. Das heißt, ihr rechts klickt in den Ordner rein. Also Shift drücken, also Großschreiben drücken. Rechtsklick in den Ordner rein. in dem diese Gitra Run-Datei drin ist. Okay. Und dann gebt ihr diesen Befehl ein. Und dann läuft auch Gitra bei euch. Ja. Genau. Und das war es eigentlich auch schon von meiner Seite zur Installation, zu einem großen, groben Roundup, was wir quasi alles machen wollen hier. Und eigentlich wird diese Serie gar nicht so lange werden, denn das Wichtigste ist erstmal, dass ihr das Vorwissen habt. Sprich, guckt euch Essempler an und guckt euch dann eventuell noch ein bisschen C an. Und ja, dann könnt ihr eigentlich auch schon hier relativ schnell weitermachen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.